Herzlich Willkommen im Freizeitpark School's Easy. Wir haben derzeit nur eine Attraktion, diese wird Sie jedoch lange genug beschäftigen. Steigen Sie ein, steigen Sie ein und genießen Sie die Fahrt auf der Sinus-Achterbahn. Unsere Achterbahn beschreibt eine Sinus-Kurve, ist also unendlich lang und wiederholt sich immer und immer wieder. Da so eine Fahrt natürlich ewig dauert, hoffen wir, dass sie zuvor noch einmal austreten waren. Wie Ihnen sicher bereits von anderen Achterbahnen bekannt ist, fährt man mal rauf und mal runter, man passiert also ein Hoch- und ein Tiefpunkt. Im Gegensatz zu anderen Achterbahnen passiert bei uns zwischendrin jedoch immer dasselbe. Ja, unsere Achterbahndesigner sind nicht die Kreativsten. Dafür bekommen Sie nirgendwo sonst eine so lange Fahrt. Damit auf dieser langen Fahrt keine Langeweile aufkommt, möchte ich Ihnen ein bisschen über die Sinus-Funktion erzählen. Die allgemeine Sinus-Funktion wird derzeit noch durch keine Achterbahn dargestellt, aber sehr wohl durch eine Funktionsgleichung. Diese lautet wie folgt. f von x ist gleich a mal Sinus, Klammer auf, b mal, Klammer auf, x minus c, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, plus d. Sie haben völlig recht. Achterbahnen sind leichter zu verstehen. Unsere weicht von dieser allgemeinen Funktion nicht ab, jedoch werden bei uns Zahlen verwendet. Wie geht das, fragen Sie sich nun vielleicht. Das ist recht einfach. a ist der Ausschlag der Amplitude. Das bedeutet, dass die Zahl, die für a eingesetzt wurde, angibt, wie sehr die Sinus-Kurve in Richtung der y-Achse gestaucht oder gedehnt wurde. Das Vorzeichen gibt außerdem an, ob die Kurve an der x-Achse gespiegelt wurde. Je gedehnter sie ist, desto steiler ist die Abfahrt, desto mehr Spucktüten müssen wir Ihnen zur Verfügung stellen. Diese finden Sie übrigens unter Ihrem Sitz und können an einer der Versorgungsstellen nachgekauft werden. Möchten Sie nun ausrechnen, wie groß a ist, so müssen Sie lediglich den y-Wert eines Tiefpunkts vom y-Wert eines Hochpunkts abziehen und das Ergebnis durch 2 teilen. Unsere Hochpunkte liegen allesamt auf 3 und die Tiefpunkte auf minus 3, sodass Sie für a gleich 3 erhalten. Um keine Schwerelosigkeit wie bei einem Parabelflug zu erzeugen, haben wir die Achterbahn auch in Richtung der x-Achse angepasst, was mit dem Buchstaben b in der Sinus-Funktion angegeben wurde. Diese Dehnung oder Stauchung hängt mit der Periode zusammen, die bei der normalen Sinus-Funktion 2pi beträgt. In dieser Abhängigkeit wird auch b berechnet. Glücklicherweise gibt es dazu eine Formel. b ist gleich 2pi durch p. Die Periode unserer Achterbahn können Sie leicht berechnen, Sie müssen nur die x-Werte zweier Punkte kennen. Nehmen Sie dazu einen Punkt und warten Sie so lange, bis Sie auf der sich wiederholenden Achterbahn wieder an einem solchen Punkt ankommen. Sie starten also zum Beispiel an einem Hochpunkt und warten darauf, bis Sie am nächsten Hochpunkt ankommen. Die x-Werte dieser beiden Punkte können Ihnen nun die Periode angeben. Dazu ziehen Sie den ersten Wert einfach vom zweiten ab. Unser jetziger Hochpunkt liegt bei 4,82,3 und der vorherige war bei 1,68,3. Die Periode ist demnach pi. Ja, wenn schon, denn schon. Dieses pi nun in die Formel für b eingesetzt und wir erhalten 2. Halten Sie Ihre Hüte und Brillen fest, es geht ja nur noch bergab. Unser erster Zwischenstopp an einer Versorgungsstation. Da fällt mir ein, Dammhygiene können Sie hier auch erstehen, falls Sie die andere Art der Periode haben sollten. Der nächste Parameter, den wir ausrechnen können, ist d. Keine Sorge, zu c gelangen wir im Anschluss. d gibt die Verschiebung der Sinuskurve entlang der y-Achse an. Auch hier können Sie auf eine simple Art und Weise zum Ergebnis gelangen. Zählen Sie einfach den y-Wert eines Hochpunktes und den eines Tiefpunktes zusammen und teilen Sie das Ergebnis durch 2. In unserem Fall ist d also 0. Bis zur nächsten Versorgungsstation ist noch ein wenig Zeit, deshalb schlage ich vor, dass wir bis dahin noch c ausrechnen. c gibt an, ob die Funktion entlang der x-Achse verschoben wurde. Hierfür gibt es leider keine so einfache Rechnung. Dafür kennen Sie nun aber alle anderen Angaben, denn a, b und d haben Sie schon berechnet und einen Punkt, welcher auf der Kurve liegt, kennen Sie auch. Sie müssen nun also nur noch den Punkt in die Funktion einsetzen und können dadurch c ermitteln. Für unsere Achterbahn haben wir eine Verschiebung um 0,9 in Richtung der x-Achse vorgenommen. Das war aber lediglich für die Einstiegsplattform von Bedeutung. So, wir sind nun in der nächsten Versorgungsstation. Ich habe bereits einige von Ihnen stöhnen gehört. Wenn Sie an Hunger oder Durst leiden, sich erleichtern müssen oder andere Bedürfnisse haben, so können Sie diese hier stillen. Wenn nicht, fahren wir... Oh, Verzeihung. Ja? Ja? Mhm. Ich verstehe. Ja. In Ordnung. Es tut mir sehr leid, aber der Betreiber der Bahn hat mir soeben mitgeteilt, dass die Achterbahn nicht fertiggestellt werden kann, da das Budget bereits gesprengt wurde. So eine unendliche Achterbahn ist eben teurer, als man denkt. Oder auch nicht. In jedem Fall haben Sie nun die Möglichkeit, auszusteigen. Sie können aber auch sitzen bleiben und weiterfahren. Dann erhalten Sie zum Preis dieser Fahrt ein Free-Fall-Erlebnis gratis dazu. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles flü?",ажу ein An-N-N-T-Böeut.